Leute, heute geht es um die vermeintlich neue Legende in Season 20. Warum sage ich vermeintlich? Eigentlich sollten wir eher davon ausgehen, dass es keine neue gibt. Dann gingen wir davon aus, dass wenn es eine neue gibt, dass es Chester ist. Lange, lange, vor Ewigkeiten schon geleakt. In meinem XXL Season 20 News Update vor einer knappen Woche habe ich darüber schon mal berichtet. Aber mittlerweile gibt es auch hier, wie im letzten Video, was die Fanatic und die neue Waffe in Season 20 wohl angeblich betrifft. Auch hier gibt es mehrere Quellen, die jetzt sagen, wir bekommen in Season 20 doch eine neue Legende namens Cave. Über die Legende habe ich auch schon mal kurz gesprochen. Inhaltlich nicht, was sie kann, aber in welcher Reihenfolge es zukünftige Legenden geben sollen. Das Kuriose ist, passt nicht zu dem, was vor ungefähr 2-3 Monaten von einem bekannten Data-Miner geleakt wurde. Ich zeige euch einfach mal die Reihenfolge. Und zwar soll eigentlich jetzt in der nächsten Zeit Gibraltar eine neue Version bekommen. Was nicht heißt, dass das ausschließt, dass wir deswegen mitten in dieser Season, wo Gibraltar ein Rework bekommt, es keine neue Legende gibt. Weil Cave und oder beziehungsweise Cave nicht, Lifeline Reborn wurde für Season 22 geleakt. Wenn wir jetzt aber hier den Leaks Glauben schenken mögen, wäre ja Lifeline erst in Season 23 dran und Cave eigentlich erst in Season 24. Und dann Artemis in Season 25. Da Respawn oft genug jetzt nun gesagt hat, dass wir nicht in jeder Season eine neue Legende bekommen, sollten wir davon ausgehen, wenn die Leaks jetzt so stimmen, dass die Reihenfolge geändert wurde. Also in naher Zukunft das Lifeline Rework, wahrscheinlich Season 22. Und Cave soll jetzt in Season 20 schon die neue Legende sein. Das heißt, Season 20 wird doch größer, als wir alle dachten. Was ein sehr, sehr guter Zug ist. Sehr, sehr wichtig ursprünglich. Gingen wir jetzt eine Weile davon aus, es gibt eine neue Map. Und viel mehr wird wahrscheinlich nicht passieren. Ein paar Rank Changes und so weiter. Wenn wir jetzt aber wirklich eine neue Map bekommen, und das sollte Fakt sein, aber die neue Waffe und die neue Legende steht noch ein bisschen in den Sternen. Wenn wir jetzt aber wirklich eine neue Waffe und eine neue Legende bekommen, wer übrigens das letzte Video nicht gesehen hat über die neue Waffe, schaut ihr euch an, die soll angeblich wirklich so kommen. Dann wird Season 20 wahrscheinlich einer der größten Seasons seit es Apex Legends gibt. Eine neue Map, eine neue Waffe, eine neue Legende. Und sagen wir mal so, wenn es jetzt nicht gerade die neue Battle Royale Map wäre, ist es immer so, eine neue Legende, löst einen Riesenhype aus. Eine neue Waffe sowieso. Da wir mittlerweile neue Waffen nur einmal in einem Jahr bekommen, ist das sowieso ein Riesenhype. Da ist aber leider jetzt nicht gerade die Nonplusultra-Mega-Sturmgewehrwaffe oder sonst irgendwas ist, sondern wahrscheinlich nur eine Handfeuerwaffe, eine Energy-Waffe, die man aufladen kann. Was dennoch richtig geil sein könnte, wenn es denn so kommt, wird das ein fettes Ding im Großen und Ganzen. Wenn dann das Ganze drumherum, die Kleinigkeiten wie Server und so weiter, müssen wir nicht weiter darüber reden, will ich auch jetzt nicht groß anreißen. Wenn das alles passt, könnte das eine richtig, richtig fette Season werden. Bevor ich jetzt aber hier völlig vergesse, auf was ich eigentlich hinaus wollte, Cave heißt wie gesagt die neue Legende, wie gesagt angedacht für eigentlich relativ spät in diesem Jahr vielleicht noch, wenn überhaupt, Cave die einzige Fähigkeit, die von Cave bekannt ist. Er soll sich durch Wände teleportieren können. Das war ursprünglich mal ein Ash-Leak. Bevor Ash rauskam, dachte man laut Gamefiles, da kam das nämlich schon raus, dass die sich porten kann, da war lange, lange das Gerücht, dass wir uns durch Wände durchteleportieren können. Hatte ich auch damals darüber berichtet, bevor Ash rauskam. Und jetzt soll es tatsächlich eine Legende geben, die sich durch eine Wand teleportieren kann. Ob das mit einem Portal dann passiert, wo du dann durch das Portal immer wieder rein und raus kannst, wie es bei Wraith der Fall ist, quasi kein One-Way-Ticket-Portal wie bei Ash. Oder ob du nur einmalig einfach durch die Wand heizt und deine Teammates da nicht hinterher können. Eigentlich egal wie es kommt, ein Portal durch eine Wand, wenn du erstmal irgendwo drumherum laufen musst, weil deine Teammates vielleicht schon im Trouble sind und du bist nicht in dem Haus, wo die vielleicht gerade fighten und du musst erstmal ewig den Eingang suchen, dann ist das eine echt heftige Fähigkeit. Sollte es so sein, dass du deine Teammates durch dieses Portal mitnehmen kannst, oh mein Gott, dann ist das richtig krass. Das könnte so viele neue Möglichkeiten in diesem Spiel eröffnen. Und gerade auf der neuen Battle Royale Map District, die sehr, sehr stadtlastig sein soll, mit extrem vielen Gebäuden und so weiter, ist das wahrscheinlich eine verdammt effektive Fähigkeit. Wenn es denn laut Gamefiles wirklich so kommt, um Gegnern so richtig auf den Sack zu gehen. Und da wir das ja nun seit Release von Apex Legends kennen, dass die Stepsounds eigentlich eher wenig bis gar nicht da sind, ist das eine Methode, um Gegner zu pushen. Oh mein Gott, das ist einfach ekelhaft. Und da bin ich wirklich gespannt. Kannst du nur alleine durch die Wand heizen? Kannst du deine Teammates mitnehmen? Und so weiter und so fort. Irgendeinen Haken gibt es mittlerweile. Das Respawn hat sehr, sehr gut im Griff. Das muss man einfach so sagen. In der Vergangenheit gab es viele Videos, wo viele und inklusive mir gesagt haben, als es Leaks für neue Legenden kam. Oh, die wird OP. Das habe ich schon lange nicht mehr so in den Mund genommen, glücklicherweise. Und das war auch gut so. Denn jede Legende, die so ein bisschen OP klang, die hatte irgendwo einen Haken, wo man sagt, Gott sei Dank ist es so, sonst wäre es zu krass. Ballistik zum Beispiel. Stellt euch vor, du aktivierst deine ultimative Fähigkeit, dann ist deine Waffe Gold. Und dann bleibt die für immer Gold. Davon ging man nämlich ursprünglich auch aus. Dann hättest du die gedroppt. Dein Teammate hätte das Ding aufgehoben, dann hättest du wieder gewartet, bis es deine Ulti-Fall ist. Dann machst du die nächste Waffe auf Gold. Ich denke, ihr wisst, welches Prinzip ich damit aussagen möchte. Gott sei Dank. Und das war nämlich in den Leaks nicht klar, ob das so möglich ist. Gott sei Dank war es nicht so. Deswegen denke ich, Respawn wird da schon irgendeine Möglichkeit finden. Leute, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Cave? Ich habe aktuell nur diese eine Fähigkeit, aber diese eine reicht schon, um zu sagen, Skirmisher-Klasse übrigens, habe ich völlig vergessen zu sagen, es soll eine Skirmisher-Legende sein, so wie auch Wraith oder Pathfinder. Was ich schade finde. Wir haben genug Skirmisher-Legenden, finde ich. Aber ich denke, die ultimative Fähigkeit, es wird sicherlich die ultimative Fähigkeit sein, alles andere macht keinen Sinn. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf die neue Legende, ich freue mich auf die neue Season, weil ich bleibe bei meinen Worten, in Season 20 muss was passieren, damit endlich wieder ein Hype da ist, der auch bleibt und nicht nach einer Woche. Putsches, Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf eure Kommentare, verbleibe wie immer mit freundlichen Süßen, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Vielen Dank.